Ich glaube, die Flüchtlinge ist nicht ausgewachsen. Die Flüchtlinge ist für mich. Manchmal ist es nicht auswachsen. Ich bin als ein Fahrer und der andere. Ich bin nicht auswachsen. Ich bin auch mit der Tafel. Ich bin auch mit dem Trafik in der Aufwand. Und der andere Tafel hat man auch nach. Ja? Ja, das ist einfach so. Es ist einfach so wichtig. Ich bin nicht so wichtig. Es ist einfach so einfach. Das ist das Jungs. Das ist Jesper Aerts, die es gestern der Nächsten hat 50 Meter verteidigt. Das ist der Nächste der Nächste. Von der Nächsten, das ist eigentlich der Nächste der Nächsten in die Bühne kommt. Jesper Aerts, von der Nächsten, das ist der Nächste der Nächsten der Nächsten der Nächsten der Nächsten.